Was ist nun die ideale Gruppengröße in der Altersgruppe der 0- bis 3-jährigen Kinder? Also nulljährige Kinder sind noch in keiner Gruppe, die sind zu Hause in ihrer Familie. Sollten Kinder in diesem Alter oder ab so ungefähr drei, vier Monaten fremdbetreut werden, dann ist die passende Gruppe das Nest und das Nido und die Montessori-Nest, können gut sechs Kinder, sieben Kinder betreut werden von mindestens zwei Erwachsenen. Also vier bis sechs, vier bis sieben Kinder sind hier eine gute Gruppengröße. Für das gehende Kind in der Kleinkindgemeinschaft, da ist das Kind auch schon anders in seiner sozialen Beziehungsfähigkeit. Da können wir an Gruppen denken, die so ungefähr zehn Kinder umfassen, also zwei Erwachsene, zehn Kinder, die allesamt gehen können. Das heißt, die jüngsten sind wahrscheinlich so 14 Monate, 15 Monate und die ältesten Kinder sind zweieinhalb, zwei, drei Viertel bevor sie ins Kinderhaus wechseln. Da ist die ideale Gruppengröße auf zwei Erwachsene zehn Kinder, aber man kann sicherlich auch mit elf oder zwölf Kindern noch adäquat beziehungsmäßig arbeiten. Mehr als zwölf Kinder sind in dieser Altersgruppe normalerweise auf jeden Fall zu viel, weil sie einfach noch von ihrer sozialen Entwicklung eine kleine, überschaubare Gruppe, auch von den Beziehungen, die sie untereinander schon anfangen zu knüpfen, brauchen. Also zehn bis maximal zwölf Kinder für die Kleinkindgemeinschaft. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020